Ich glaube, er wird vorderliegen, vor allen Dingen, weil Röttgen und Braun sich gegenseitig Stimmen wegnehmen, die gehören ja beide eher zum liberalen Flügel der CDU. Und dann wird der Parteitag entscheiden müssen und er wird sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit an das Brutum der sogenannten Basis halten. Dankeschön, das war Herr Professor Valter zum Streit innerhalb der CDU und das Ganze um 23.35 Uhr, das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Also der Kurzbericht, die beginnen beim Bundesgerichtshof, er hat heute ein wichtiges Urteil gefällt, was geht um Wärmedämmung, aber auch um Ökologie und es wird für die Nachbarschaftsstrategie